Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid gut in den Tag gestartet. Die Sonne scheint wieder. Ich hoffe, bei euch auch. Ansonsten ein kurzer Reminder. Heute um, ich glaube, 13 oder 13.30 Uhr kommt der Crypto-Talk mit Einfach-Crypto raus. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Thema Metaverse. Was ist dieses Jahr angesagt? Welche Coins könnten dieses Jahr noch explodieren? Wen es interessiert? Link werde ich später in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten 13.30 Uhr auf YouTube. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Gut, damit genug Eigenwerbung gemacht. Lasst auf jeden Fall noch ein Like und ein Abo da. So, jetzt reicht's aber. Momentan traden wir bei ungefähr 42.400 US-Dollar. Wir haben keinen größeren Abverkauf mehr gesehen. Wir haben hier immer noch diesen RSI-Widerstand auf dem 4-Stunden-Chart, den wir noch nicht durchbrochen haben. Ihr seht's hier. Wir hatten ja diese Bearish Divergence hier oben, die ich noch eingezeichnet habe. Die hat ausgespielt. Seitdem traden wir hier unter dieser roten Linie. Wir haben jetzt auch mittlerweile die 4-Stunden-Email-Ribbons teilweise mal kurz nach unten durchbrochen. Hatten die auch nochmal als Widerstand anerkannt, nachdem wir gestern nochmal einen kurzen Pump gesehen haben. Sofort wieder abverkauft. Aber es ist eine sehr, sehr schmale Range. Wir hatten ja hier diese Range von letzten Wochenende. Und genau darüber konsolidieren wir jetzt momentan. Wir hatten jetzt auch nochmal eine Bestätigung des 200er SMA. Man sieht's hier. Das ist diese gelbe Linie. Auch hier nochmal die Bestätigung. Dann die ehemalige Range. Trotzdem halte ich's immer noch für möglich, auch wenn der RSI jetzt relativ weit unten ist, dass wir immer noch so ein kleines Rollover sehen. Zumindest nochmal in diesem Bereich von 39.000 US-Dollar. Worst Case weiterhin 36.000, 36.800. Irgendwie so um den Dreh rum. Einfach um ein höheres Tief zu bilden. Um zu sagen, hey, okay, wir haben jetzt wirklich einen Abtrend vor uns. Und auch wenn hier diese Abtrend, also diese rote Linie, auch mal im Auge behalten. Wir könnten auch einfach nur bis ungefähr 39.400 US-Dollar fallen. Aber um vielleicht noch ein paar Longs zu killen oder ein kleines Fake-Out zu verursachen, dass die Leute jetzt richtig bearish werden, halte ich's auf jeden Fall nochmal möglich. Den Bereich hier unten 36.000, 37.000. Deswegen werde ich niemals All-In-Hits hier oben mir schon eine Long-Position aufbauen bei 39.000 US-Dollar. Ich werde mir das erstmal angucken. Und dann Schritt für Schritt vielleicht mit einem kleinen Hebel dann eine Long-Position nach und nach halt aufbauen. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall noch. 36.900, 36.000, irgendwie so um den Dreh. Einfach um ein höheres Tief zu bilden. Wir haben jetzt ein höheres Hoch gesehen. Jetzt wäre ein höheres Tief einfach sinnvoll. Einfach um die ganze Struktur ein bisschen am Laufenden zu halten. Und weiterhin von einem Abtrend sprechen zu können. Zumindest von einem vorübergehenden Abtrend. Also so ganz aus der Sache sind wir noch nicht raus. Ich habe auch schon wieder Prognosen mit 33k gehört. Auch das kennt ihr von meinem Kanal. Habe ich euch darauf vorbereitet. Beziehungsweise sage ich immer noch, dass die Möglichkeit besteht. Also ich würde momentan noch nichts ausschließen. Bevor wir hier nicht irgendwann langfristig über diese Marke von 56.000, 57.000 US-Dollar sind. Hat einfach den Hintergrund. Hier oben liegt das Golden Pocket von unserem All-Time-Hype bis zu unserer Korrektur hier unten. Deswegen so lange bin ich noch vorsichtig. Weil wir da oben immer noch einen Deadcat-Bounce sehen könnten. Also das heißt, wir gehen ins Golden Pocket, werden da rejected und dann Ende Gelände Bullenmarkt. Das sind noch so die Möglichkeiten, die ich längerfristig bzw. kurzfristig sehe. Okay, was zumindest entscheiden wird. Ansonsten für den heutigen Tag halte ich es auch nochmal für möglich, dass wir hier einfach nochmal diese Range hier bei ungefähr 43.800 US-Dollar antesten. Vielleicht noch ein bisschen drüber gehen, um dann hier das Rollover nach unten hin zu kippen für den Montag. Wir haben ein CME-Gap bei ungefähr 42.300 US-Dollar, habe ich euch gestern schon gesagt. Da konsolidieren wir die ganze Zeit. Würde ich jetzt momentan noch nicht so in den Hinterkopf haben, weil wir einfach momentan genau in dieser Range sind. Somit wird sich wahrscheinlich auch kaum ein CME-Gap bilden. Außer wir gehen jetzt natürlich nochmal nach unten, bilden ein höheres Tief und kriegen dann den Rollover am Montag mit einem CME-Gap über uns, um dann einfach bullisch in die neue Woche starten zu können. Natürlich müssen wir auch geopolitisch aufpassen, was passiert Russland-Ukraine, also behaltet das auch noch im Hinterkopf. Wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht und ich glaube, dann ist Krypto momentan unser geringstes Problem. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum auch wenig Bewegung, immer wieder hier am Abtrend gebounced. Jetzt haben wir den Abtrend nach unten hin durchbrochen. Hatten auch jetzt hier ein bisschen Probleme, ich zoome mal ein bisschen ran. Hier hatten wir noch unsere Zone, die haben wir jetzt auch als Widerstand bestätigt. Also erstmal kein gutes Zeichen. Was aber gut ist, wir haben am Monats-Pivot, wir haben den 200er SMA unter uns, wo wir auch jetzt mehrmals gebaut sind. Klar, Volumen übers Wochenende lässt sowieso zu wünschen übrig. Was dann auch noch interessant ist, wir haben RSI, der relativ weit unten ist. Wir haben ja noch keine Bullish Divergence oder sonstiges. Aber wir haben halt den RSI mittlerweile hier im höheren 30er Bereich, also schon relativ weit unten. Klar, wir haben immer noch das Risiko 2700 US-Dollar, aber ich habe es euch auch gesagt, 2800 US-Dollar die ganze Woche ist so ein Bereich, den ich im Auge behalte. Ansonsten, 2700 wäre dann der nächste Step, einfach um hier diese ehemalige Range, wo wir hier immer wieder ein bisschen Probleme hatten, nochmal anzutesten. Worst Case, weiterhin 2550 US-Dollar wegen unserem Golden Pocket, was hier unten liegt. Das ist so für mich die ultimative Kaufzone, beziehungsweise das ist so dieser Punkt, den ich auf jeden Fall besonders in den nächsten Tagen nochmal im Auge behalte. Weil ich es mir einfach gut vorstellen könnte, sollte jetzt Bitcoin nochmal den Bereich von 36.000 oder 38.000 US-Dollar sehen, ist es eine Möglichkeit, dass wir hier runtergehen, vielleicht kurz konsolidieren, ein kleines Fake-Out nach unten sehen und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Wäre jetzt in dieser Struktur, glaube ich, nicht so gut, weil wir hier immer noch unser letztes Tief bei ungefähr 2575 US-Dollar hätten. Wenn wir jetzt danach gehen, wir müssten ein höheres Tief bilden, wäre es sinnvoller, genau hier auf das Golden Pocket drauf zu gehen, weil wir hier die Wicks ein bisschen drunter hatten und dann einfach einen direkten Kontakt wäre vielleicht bullischer, einfach um auch hier ein höheres Tief zu bilden. Aber wir haben auch bei Ethereum noch kein höheres Hoch, das müssen wir natürlich auch noch beachten, das höhere Hoch haben wir hier leider nicht geschafft bei Ethereum, das wäre bei ungefähr 3.400 US-Dollar gewesen, wir sind aber schon bei knapp 3.300 US-Dollar gestoppt. Also hier ist die Struktur nochmal ein bisschen anders, müssen wir auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, deswegen ist es hier nicht unwahrscheinlich, dass wir hier wirklich nochmal genau ins Golden Pocket reingehen. Gut, schauen wir uns Cardano an, weil Jürgen es vorhin in der Telegram-Gruppe angesprochen hat, weil er meint, diese Struktur ist extrem wichtig. Also für mich ist weiterhin essentiell wichtig, diese psychologische Grenze hier von 1 US-Dollar, weil wir hier uns seit Wochen oder Monaten immer wieder diese 1 Dollar antesten. Klar, umso öfter wir diese Zonen testen, desto schwächer wird die Zone natürlich auch, also das müsst ihr euch wie so eine Wand vorstellen, umso öfter man gegen eine Wand haut, irgendwann wird sie schwächer und bricht nach unten. Er hat jetzt als Preisziel 45 US-Dollar Cent genannt, fände ich ein bisschen krass, weil dann, ich glaube, dann würden wir bei Bitcoin einfach auch noch ganz, ganz andere Kurse sehen. Also für mich, wenn wir diese Zone hier nachhaltig durchbrechen würden, wäre es vielleicht der erste Step 0,77 US-Dollar jetzt auf Monatssicht gesehen, Monats-S1 haben wir hier unten. Aber tiefer, ehrlich gesagt, also die 45 US-Dollar Cent, es würde perfekt mit dem Monatss-S2, also es ist schon ein bisschen Confluence da bei solchen Sachen, aber ich bin da ein bisschen skeptisch, ob es wirklich, also nachhaltig wirklich da runter geht. Also so ein kurzer Wick mal darunter, längerfristig okay, kurzfristig ist einfach wichtig, diese 1-Dollar-Marke zu halten, auch um hier weiterhin vielleicht einen Boden zu bilden, ein doppelter Boden, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Gut, schauen wir uns Solana an, Solana hat ja auch den Abtrend durchbrochen, also jeder, der das mitgeschortet hat, Preisziel sollte jetzt erreicht sein, also wir haben ja gesagt, okay, Head & Shoulders, Preisziel war in dieser grünen Box, die haben wir gehalten. Was jetzt hier nicht so geil ist, wir hatten ja hier diese grüne Box, habe ich ja gerade schon gesagt, war ehemaliger Widerstand, dann hier hatten wir es als Support bestätigt, sind rübergekommen und jetzt konsolidieren wir hier. Also hier bräuchten wir wieder einen impulsiven Move nach oben, Volumen deutlich abnehmen, RSI ist nach unten hin, auch relativ tief, also impulsiven Move nach oben, einfach um wieder in diesen Abtrend zu kommen oder zumindest diese 4 Stunden E-Mail-Ribbons, die jetzt auch hier bearish geflippt sind, ist kein gutes Zeichen, also impulsiver Move nach oben, 4 Stunden E-Mail-Ribbons bestätigen und dann ab die Luzi. Wenn man das so sagen kann. So, Polkadot, relativ gleiches Bild, also wir hatten ja hier auch unsere Seitwärts-Range, da sind wir jetzt leider wieder reingefallen, auch hier Head & Shoulders Preisziel, was wir im Livestream letzten Donnerstag besprochen haben, wurde erreicht, sogar nochmal ein bisschen weiter runter sogar noch. Also auch hier gleiches Bild wie bei Solana, wir sind jetzt wieder in dieser Range, wichtiger, impulsiver Move nach oben, durch die 4 Stunden E-Mail-Ribbons wäre extrem bullish und danach halte ich hier, ihr seht es, 200er SMA, 200er E-Mail sind Widerstände, da müssen wir dann auf jeden Fall, um in einen Abtrend zu kommen, auf jeden Fall durchbrechen. Gut, schauen wir uns Phantom an. Ja, da habe ich euch ja gesagt, der Bereich zwischen 2 Dollar und 2,10 Dollar ist interessant, wir sind sogar noch ein bisschen tiefer gefallen, also man sieht hier richtig so Stufenetappen immer weiter tiefer. Hier wird es jetzt extrem wichtig, ob wir jetzt hier wirklich Kaufvolumen reinkriegen, RSI ist relativ weit unten, also zumindest mal ein kurzer Test hier in dieser Region von 2,14 Dollar kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, einfach um dieses Void, diesen krassen Pump, was heißt Dump, in Anführungszeichen Rücksetzer aufzufüllen, vielleicht dann wieder runter, um dann die Reise nach oben hin fortzusetzen. Das ist jetzt das, wo ich bei Phantom erstmal im Auge behalte, Volumen absolut grauenhaft, auch dieser Dump oder Rücksetzer, um es mal ein bisschen genauer zu sagen, hatte wenig Volumen im Markt. Deswegen mal einfach nicht zu ernst nehmen, weiterhin hier, diese grüne Range hält uns weiterhin, sage ich mal, vor Schlimmeren. Immer wieder hier drüben Support, dann sind wir wieder drüber gekommen, Support, 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 also da sollten wir nicht drunter fallen. Denn ansonsten sehe ich hier wirklich nochmal Kurse von 1,65 Dollar, die dann langfristig möglich sind oder auch kurzfristig, schauen wir dann. Gut, dann schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Ja, Ledger Nano S, wer das Kryptobüro-Ausbildungsprogramm noch nicht gesehen hat, es gibt immer noch ein Ledger Nano S, wer das Programm sich holt. Ansonsten, News gibt es momentan noch keine, sollte es welche geben, werde ich euch natürlich auf den Laufenden halten. Ansonsten, 13 Uhr, 13.30 Uhr wird dann der Crypto Talk online kommen, ich freue mich drauf, bin gespannt auf euer Feedback. Und ganz am Ende vom Crypto Talk, beziehungsweise fast am Ende, stelle ich euch noch eine wichtige Frage, schaut es auf jeden Fall an und gebt mir eure Tipps oder keine Ahnung, was ihr wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dafür stimmen würdet, wenn ihr da Bock drauf habt, aber schaut euch den Talk an, gebt mir dann Feedback. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag, wir hören uns dann morgen früh wieder, die ganze Woche gibt es dann wieder Früh-Update-Videos. Ansonsten, schönen Sonntag, genießt den Sonntag, geht ein bisschen raus, genießt die Sonne, schaut nicht so viel auf den Kurs. Ansonsten, stay crypto!